Viertelfinale bei den bayerischen Einzelmeisterschaften 2017 im H&W. Wir steigen ein im Satz Nr. 4. Aufschlag, Filialort für Zweitligaspiele und Spiele im erweiterten Nationalkader der Deutschen. Und an der Seite von Nico Christ. Wir sind an diesem Sonntagmorgen etwas langsam in die Hufe gekommen, um es mal so zu formulieren. Wir haben den ersten Satz verloren, waren auch im zweiten Satz erstmal hinten, aber jetzt gehen die Ginge ihren Weg und waren jetzt kurz vor einem 3-1-Sieg. Der Nr. 32, Sattelmeier, ist Rückschläger des Aufschlags von Nico Christ. Er spielt mit Peter Angerer. 2, Sattelmeier, ist Rückschläger des Aufschlagsgeistens. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles gut, das System, das Ganze, da stimme ich nur an, die Kombination ist.